hallo freunde ich muss hier einfach gerade noch mal ein video machen um das für mich selber gerade wieder auch festzuhalten aber auch um euch daran teilhaben zu lassen entschuldigt dass ich ein bisschen fertig auch sehe ich habe gerade rott und wasser geheult weil ich mit maria schreibe gerade und überhaupt so ich habe die ganze nacht nicht schlafen können weil es weil ich auch überhaupt nicht müde war und ich bin auch jetzt nicht müde ich bin so voll lebenslust dass das irgendwie gar nicht richtig greifen kann ich drehe mal gerade das hier so ein bisschen ahja sieht man das ist ein becheres licht na so hummeln im arsch aufbruchstimmung sowas von schon seit tagen und es fällt mir gerade nicht unbedingt einfach gelassen und ruhig zu bleiben auf der anderen seite wirklich auch erstaunt darüber wie gut ich das noch hinbekomme also ich habe nicht geschlafen letzte nacht weil ich gestern ich weiß nicht wie viele mails bekommen habe von leuten die gesagt haben ich will auch nach berlin ich will da auch dabei sein oft in in der party offen im gerlitzer park am mittwoch ab 13 uhr und da hat sich halt irgendwie so viel noch daraus ergeben und ich pack das hier einfach mal auch gerade zusammen auch die texte ich will das katalogisiert haben für mich eine paraffiniert und hier wird sagt sie doch bilder im kopf ach ich liebe diesen song weil er mir auch immer wieder wenn ich ihn höre immer wieder sagt das sind alles nur geschichten sogar sie du passt auf einmal wunderbar in meinen kontext ich finde es super toll alles wird eins gehört mit dazu so für die die es noch nicht mitbekommen haben am mittwoch hatte ich ich hatte die idee ich wollte den 8 mai in berlin gern sein auch weil ich da eben einige von euch leuten da wieder sehen wollte und so und ich habe immer das problem wenn ich nach berlin fahre und versuche ich irgendwie nach abzuklappen da komme ich nicht weit dafür kenne ich mittlerweile einfach viel zu viele von euch und die meisten kann ich viel zu selten sehen also hatte ich die idee an an dem 8 mai halt entsprechend eine party einfach im geilitzer park zu machen ähm nun hat das aber den anschein und die tendenz steigt nach wie vor dass sich das zu so einer facebook party entwickelt auf einmal kommt von überall her ich will auch dabei sein und wir sagen leute ja ich will auch hin ja dann poste nutzt es nutzt facebook postet in euren status den link zum video auch zum video hier zum zum event der geht gerade rum werdet da bestimmt drauf treffen und dann teilt das und sagen hier ich frage ich sitze in hamburg tina kranz kam erst dann damit und ich sagte ja dann poste und fragt wer auch dahin will wenn die leute das wissen dass man da hinfahren kann machen wir das so es wurde schon die neue love parade genannt aber es ist eher so ein sit in austausch gemütliches beisammen sein und einfach mal aus dem system ausrasten ähm ja ich dann kam halt gestern dieser text hier dazu wodurch sich dann etwas mehr entwickeln wo steht mehr anzeigen da steht mehr anzeigen also äh hatte ich dann äh noch den text ähm der geht gerade auch gut rum ähm 8513 realtext realtreffen also eigentlich dachte ich mir einfach am 8. mai in berlin in berlin im görlitzer park eine 8513 party zu schmeißen wäre eine gute idee all meine berliner freunde und mitspieler geschwister mal wieder zu sehen ohne einen nach dem anderen abzuklappern womit ich nie weit komme was ich eben schon meinte aber das hier entwickelt sich vor meinen augen zu einer bundesweiten facebook party ich bekomme aus allen teilen des landes mails von euch in denen steht dass ihr am 8 mai frei macht ich finde geil wie viele von euch in betracht ziehen montag schon zum doc zu gehen und die idee von wegen psyche in klammern ich brauche mindestens zwei wochen den gelben schein ich kann nicht mehr sonst gehe ich morgen in die klapse und da komme ich vor drei monaten nicht wieder raus ne burnout und so ne äh geht so ne super geil ne ähm hier und dass ich von zwei leuten schon geschrieben bekommen habe wie sie an dem tag kündigen wollen ihr seid die geilsten fuck wie ich das liebe ist das geil kommt ihr lichter an meinem himmel kommt von überall her und lasst uns am mittwoch feiern als botschafter von mama erde ich von mama erde habe ich ja eigentlich für eigentlich ne ich bin botschafter für mama erde die sich von herzen wünscht langsam nochmal als garten eden gesehen zu werden statt als schlachtfeld und weihnachts ganz zum ausnehmen und wer das nicht glauben kann der sollte doch bitte einfach mal in mama erde rein fühlen ähm ist schnell äh gecheckt und geregelt dass ich da nicht nur irgendeinen mist von mir gebe ähm lade ich euch alle herzlich ein mit uns zusammen am 8 mai ab 13 uhr im görlitzer park den weltfrieden einzuleiten für uns ja das scheißegal was ihr für uns leiten wir dann den weltfrieden ein wenn wir es nicht schon getan haben aber da können wir das dann alle nochmal schön zusammen machen und ach ich weiß wie sich was anfühlt ich habe sowas schon ein paar mal mitgemacht das ist echt toll ähm ja weil es scheint kein anderer für uns zu machen also machen wir es doch einfach selbst und wir können sofort hier jetzt in diesem moment damit anfangen ab hier und jetzt feindschaften verweigern in klammern ich möchte nicht mehr streiten das kann man bei jedem anwenden nächster punkt schuld aberkennen ich entschuldige mich tut mir leid und ich vergebe dir bei familie freunden feinden und banken auf jeden fall fremdautoritäten aberkennen in klammern wenn jeder könig von sich selbst ist braucht keiner mehr könig eines anderen zu sein ne michael sein heiser mein ich hätte es gesagt und ich hab es in der folge seit ich es gehört habe immer wieder benutzt und berechtige damit meine souveränität kann man bei allen formen von obrigkeiten anwenden chefs politiker polizei tyrannen kinder gibt alles offen denken steht hier als nächstes ich nehme xy gerade xz war wie nimmst du xy war wie nimmst du ich sehe das und da grad so und so wie siehst du das das austausch von sich weisen das kann man auch machen statt die sich die ganze Zeit in die Fresse zu prügeln das ist so einfach man muss es einfach nur machen hey ich hab meine meinung ist doch cool wenn ich die auch haben darf dann dürft ihr auch eure alle haben und äh wie seht ihr die Sache denn so hey man dadurch kann ich dazu lernen das ist Bewusstseinserweiterung ohne Drogen nehmen zu müssen man muss einfach offen denken das ist so einfach da steht noch Youtube hier drunter ne da kann man super geil ähm Fülle wahrnehmen was gerade verfügbar ist ist wesentlich nicht was gerade nicht verfügbar ist und das dann nutzen das kann man überall anwenden ne das ist so wird man den Mangel ganz schnell los in seiner Wahrnehmung und kann anfangen Fülle wahrzunehmen wo auch durch man Zugang zu allem bekommt teilen genutzte Dinge sind besser als besessene mit allem was übrig ist kann man das anwenden ähm es ist vor allem mehr als genug da keiner muss irgendwas geben was er gerade sehr wohl darauf verzichten müsste ne das ist halt so das was äh im alten System so da musst du da musst du deine Steuern zahlen egal ob du das kannst oder nicht äh in dem neuen System geht es einfach darum das was was gerade sowieso nicht gebraucht wird einfach frei zur Verfügung zu stellen so auf die Weise äh ist wirklich mehr als genug für alle da ich muss mir mal gerade eine rauchen Entschuldigung wie gesagt es kostet mich gerade einiges an Kraft und Techniken und mit rauchen kann ich das das ist für mich ein Placebo durch den ich ufff einfach noch mal ein bisschen runterfallen ja Hauptsache ich krieg die Linie gehalten so äh achso ja und äh für dieses Video und diesen Post gilt das genauso teilen verbreiten ne und dann oh Gott muss keiner auf irgendwas verzichten das ist das geile beim teilen da kann in diesem Video kann man anfangen ne äh kann man das sehen wenn ich teile teilen hat eben nicht mit Verzicht zu tun man muss es nur richtig machen so und das reicht für den Anfang das ist wirklich nicht schwer das reicht um wirklich äh ganz massiv schon mal was in seiner eigenen Wahrnehmung zu ändern und damit wirklich auch in der Welt zu ändern weil man natürlich danach völlig anders wahrnimmt und wahrgibt das ist doch klar und dann am 8. Mai kam die nächste ja das warnt sich irgendwie schon seit Tagen bei mir an ein 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 schrei am 8. Mai um 20 Uhr lasse ich einen schrei los ein ja zum Leben ich schreie es raus bis meine Stimme nicht mehr mitmacht ab 8 äh ab 8. Mai 20 Uhr soll meine Stimme nichts anderes mehr hören lassen als Dinge die mit Liebe, Frieden, Ruhe, Freiheit und lebenswertem Leben zu tun haben oder dass man mir sowieso schon dann explizit ne in Stein gemeißelt in meiner Wahrnehmung so einfach ist es und und ich lade euch alle ein egal wo ihr seid am Mittwochabend ab 8 und solange und so laut ihr könnt ja 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 mit mir zu schreien lasst es durch das ganze Land hören Mama Erde lädt uns ein wieder im Einklang mit dem Rest von ihr zu leben und ich habe ihr ja schon gesagt dass wir das wollen aber sie glaubt mir noch nicht so ganz schreien wir es raus damit sie uns hören kann und damit wir es hören dazu habe ich noch eben noch einen Post geschrieben denn kommt gleich bleibt kurz am Ball ich äh versuche es kurz zu halten bis dahin bleibt noch viel Zeit diese Idee zu verbreiten Tage noch das kann man elf ne und ich bin wie immer dabei tu was ich kann ähm bleibt noch viel Zeit diese Idee zu verbreiten ihr wisst wie es geht teilen liken irgendwie kommentieren und ihr wisst wie man wie man links verbreitet ich brauche euch nichts zu erzählen macht ihr jeden Tag so und wir wissen dass die Zeit reif ist worauf noch warten und wenn Berlin äh am Mittwoch Sonntag Freitag Sonnerstag was und und wenn wer in Bell reden ist also Berlin soll es eigentlich heißen am Mittwoch Donnerstag Freitag aber Sonnerstag ist auch cool scheiße die Tage spielen für mich eigentlich eh keine Rolle mehr ähm kommt vorbei und bringt Freunde mit Görlitzer Park so ne aus der Jahrschreierei wurde dann halt auch noch was und dann hab ich hier eben noch muss ich da finden da hier so ne hab ich hier noch ja gepostet ja hahaha im Status und mehr Anzeigen so und dann hab ich noch darunter geschrieben und wenn ich allein da stehe und ja schreie bis nichts mehr kommt außer denen die äh die also dann nichts mehr kommt außer denen die mich dann für bekloppt halten und wegsperren wollen brauche ich Ihnen einfach nur die Links zu dieser Aktion zu zeigen und kann Ihnen entgegengrinsen Nein, meine Freunde, das ist ganz und gar nicht verrückt damit stehe ich nicht allein da und Sie gleich mit infizieren ich bin ja dafür, dass man das für eine Weile jeden Abend zusammen machen sollte mal sehen, wie oft wir schreien müssen, bis wir eine Antwort hören und da laufen wir dann hin, da finden wir andere Bekloppte ja, ne, eine von den Bekloppten ist die Maria ich liebe diese Frau ich freue mich drauf, dich zu sehen, wie sie so, und Maria hat es schwer, so wie für andere auch und muss auch, ach, und, ne, und der ganze Stress und die ganze Scheiße, die ganzen blöden Geschichten mit denen man sich so identifizieren kann und es eigentlich gar nicht braucht hat mich dann halt eben auch nochmal dazu inspiriert ihr was zu schreiben, weil ich gesagt habe hey, wenn ihr da weinen, schatz, an weinen, bitte, weine weinen, weinen im Krampf und sie sagt, ich weine schon die ganze Zeit ich sage, dann mach es jetzt einfach mal bewusst und dann habe ich ihr geschrieben ähm, hier, äh, äh, hier lass dich mal richtig aus und weinen mal eine Viertelstunde warst ein Recht drauf, auch mal zu weinen die Scheiße da draußen ist ja auch nur zum Heulen kann ich gut verstehen und dann packen wir die neue Welt an zusammen so, und dann ergöt sich an deinem Leid es macht dich zu Menschen und so liebenswert so, und dann habe ich ihr Folgendes geschrieben das ist mir gerade ein Anliegen, es einfach mit hier auch nochmal zu teilen weil ich weiß, was es viele Leute fragen mich woher ich meine Kraft nehme ich bin jetzt über acht Monate am Stück mit meinem kleinen Hündchen in meinem Bus unterwegs es ist in diesen acht Monaten zweimal passiert, dass ich an einer Stelle zwei Wochen geblieben bin oder ich glaube sogar zweieinhalb es gibt für mich keinen Urlaub aber ich bin ja zum Glück der Urlauber und kann dadurch, dass ich alles mache wie im Urlaub das halt eben auch machen aber meine wirklich effektivste Krafttankstelle möchte ich euch jetzt mal zeigen und wenn ihr möchtet macht einfach mal mit so und sollte ich jetzt wieder anfangen zu heulen scheiß drauf ist mir egal so ich lese es einfach vor mach mal die Augen zu ich lese es vor Augen zu und dann stellst du dir Mama Erde mal vor als den großen blauen Planeten der sie ist unser aller Zuhause und stell dir dabei nicht nur das Bild vor sondern fühl sie wie sie gerade im Moment ist mit all dem Leiden und all der Hoffnung und dieser geballten Ladung Liebe und dann nimm sie in den Arm leg deine Arme um sie und deinen Kopf drauf und kuschel mit ihr lass dabei alle Energien in dir schließen lass für den Moment einfach mal alles zu und dann fühl wie sie dich auftankt unsere Mama und wie sie dich liebt und nur für dich da ist in den dunkelsten Stunden deiner Geschichten und dann fühl in dir wie du mit jedem anderen Lebewesen das auf ihr lebt mit jeder ihrer Zellen verbunden bist verbinde dich mit diesen anderen Lebewesen und umarme jedes Einzelne davon und sag ich entschuldige mich ich wusste nicht wie ich mich anders verhalten sollte und ich vergebe dir alles was ich dir je vorgeworfen habe wir müssen uns endlich von diesem Müll in uns befreien und das kann niemand anders für uns tun wir müssen diese Schuldgefühle loswerden wo so wahnsinnig viel für getan wird dass wir sie haben aber die uns ab hier nicht mehr dienlich sind ich habe mich in meinem Leben so schuldig gefühlt und damit kann man sich nicht wohlfühlen da kann man nicht das funktioniert einfach nicht wir müssen das loslassen wir müssen uns allen unsere Schuld nehmen wir müssen uns entschuldigen und uns vergeben und was wir dafür bekommen das ist so wunderschön dass ich das nicht erklären kann ich kann das nicht ich kann es nicht beschreiben und es tut mir oft noch so weh wenn ich Menschen fühle die das einfach nicht sehen können aus der Perspektive dass man an allem schuld ist kann man das auch nicht sehen man muss wirklich es aus der Perspektive sehen dass Schuld ein blödes Spiel ist in das wir reingeboren worden sind und dass es keine Schuldigen gibt dann ist es auch wesentlich einfacher die Verantwortung für sich selbst wieder zu übernehmen macht was draus ich wollte gerade nur mal laut denken Dankeschön Dankeschön